Das ist der Olli dann eins weiter. Es geht langsam circa auf einer Seite und schon ziemlich in Zinnlinie, sodass wir einen hoffentlich geordneten Finale hinbekommen, bevor das Wetter auch noch nicht vorbei ist. Ja, eine Maschine. Das ist der Olli dann. Da heißt der Wunsch von Thomas und wenn ich Wunsche darf irgendwann in Erkundung gehen, dann ist das natürlich was sehr, sehr Schönes. Ja, und dieser Wunsch hier von Thomas, meine Freundin hier über den Zoll, hat er bereits mit der Maschine teilgenommen. Es war einer der ersten auch öffentlichen Aufgriffe mit seiner Maschine hier. Und das Modell ist natürlich von einer Qualität und Güte, die ist schon herausragend. Und deswegen hat er auch letztes Jahr verfügt. Und da habe ich bekommen schon das schönste Modell mit dieser Maschine hier. Aber es stehen ja wieder zwei Vokale hier auf dem Tisch. Schauen wir mal, wer die Wieselfärbe kommt. Also ich weiß auf jeden Fall schon einen. Und den zweiten habe ich mir ausgucken lassen. Der wird mir dann da auch noch mitgeschaltet. Und der wird mir dann da auch 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 mitgeschaltet. Und das ist ja hier ein Teil. Und auch hier kann ich Ihnen nur empfehlen, mal hinzugehen, aus der Nähe hinzuschauen. Und das Modell mal sich vom Thomas auch genau zeigen zu lassen. Und auch die herausragende Lackierung sich mal anzuschauen. Und da ist ja auch ganz bewusst die Alterung nachgebildet. Da sind Abgasspuren dran. Da sind Schmierspuren dran. Da ist Dreck dran lackiert sozusagen. Vielen Dank. Ja, und der Thomas kommt zurück zum Platz und teilt sich seine Landung ein. Und ich hätte einen Vorschlag zu machen an die Heli-Gemeinde. Ich würde gegebenenfalls, es ist jetzt 15.30 Uhr, 15.45 Uhr, schon mal sozusagen den offiziellen Teil der Verabschiedung vorziehen wollen. Weil wenn dann der Regen vielleicht dort kommt und die Leute packen ein, dann ist es schneller vorbei, wie wir uns alle wünschen. Und dein Bruder kommt. Dann erwischen wir hier dieses Fenster, dass jetzt die erste Welle erspart bleibt. Ich hoffe es, ich wünsche es mir, drücken Sie uns die Daumen.